Hallo liebe US Kids Fans, ich bin Luca und einige von euch werden mich sicherlich aus der aktuellen Staffel von US Kids kennen. Ich sitze hier gerade vor meinem kleinen Tonstudio und hier kommen ja eigentlich die meisten meiner Songideen. Einen meiner Songs durftet ihr ja schon kennenlernen und zwar mit meinem Song Oberkämmer und zwar in den Blind Auditions. Jetzt habe ich mir gedacht, da in meinem kleinen Musikerleben zur Zeit so viel passiert, schreibe ich einfach einen Song an der US Kids als kleines Dankeschön für die schöne Zeit und was ich alles erleben durfte. Es war ein schöner Tag im Mai Da habe ich erfahren, ich war dabei Die Leute, die du wusste, sind sie beraten Und würden mich gerne nach Berlin einladen Ich hab mich gefreut und war die Trenner Auf einmal war die große Chance da Zum Sprint vor 10 Millionen Leid Eine Erfahrung, die mich niemals reizt Mich niemals reizt Ich bin neidisch, wie kann das sein? Ja, ich bin neidisch, wie kann das sein? Ich spür im Fernseher vor so viel Leid Ich spür im Fernseher vor so viel Leid Mit dir da bin, das ist ein Freit Ich glaub, das wird meine beste Zeit Ich glaub, das wird meine beste Zeit Meine beste Zeit Die Plein zum Bettels überstehen War gar kein leichter Weg zum Gehen War gar kein leichter Weg zum Gehen Am Ende hat's leider nicht für alle gereicht Die Entscheidung der Coaches war bestimmt nicht leicht Freude und Leid und abeinand Doch jeder hat Hunger Der seine Ängste überwand Überwand Ja, ich bin neidisch, wie kann das sein? Ich spür im Fernseher vor so viel Leid Mit dir da bin, das ist ein Freit Ich glaub, das wird meine beste Zeit Meine beste Zeit Meine beste Zeit Die besten neunzehn im Finale Mal schauen, was da noch alles passiert Und wer am Ende der Sieger wird Ja, ich bin neidisch, wie kann das sein? Ich spür im Fernseher vor so viel Leid Mit dir da bin, das ist ein Freit Ich glaub, das wird meine beste Zeit 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 Wir freuen euch Und zwar, dass ihr alle am kommenden Sonntag Um 20.15 Uhr die Dame drückt Denn da trete ich im Finale gegen acht andere Galitäten an Ich bin neidisch, das ist ein Freitag